Der LKW, das wäre doch geil, oder? Das wäre wirklich geil. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr als nur einen Reparatur-Kit für. Ja, und da brauchen wir jetzt einen kleinen Tankkanister. Ja, aber damit könntest du richtig transportieren, dann könntest du ganze Städte leerräumen. So, jetzt fahren wir mal hier zum Seuchen her, dann machen wir den. Aber wir sollten vielleicht unterwegs nochmal nach Munition gucken, ne? Ja. Jetzt haben wir ihn hier rechts. Ach so, ja, das ja. Lassen wir ihn nicht liegen, nehmen wir mit. Ja. Weil, so ein Seuchenherd ohne Waffen? Ach, da ist einer drin. Ist es hier, oder? Er macht wieder Krache. Ich... Oh! So. Das hier ist das drin, oder? Was hast du? Ich weiß nicht, du musst mal gucken. Ne, das solchen Herd ist hier noch nicht. Aber vielleicht finden wir noch ein bisschen Moni. Oh, tanken ist auch gut. Kann ich gleich mal reinfüllen. Da hinten kommt auf jeden Fall eine kleine Truppe. So, der ist voll. Okay. Und, ist was dran zum Loben? Aber ein bisschen was ist da. Okay. Hier ist noch so ein Lebensmittelressourcen-Sack, den kann ich nicht nehmen. Ja. Oh, das ist gut. Warte, ich... Komm mal her. Ja, warte, ich... Guck in mir, dann komm ich. Warte, warte, oder warte mal, ich geb den... Warte mal, Moment. Ja. Wir machen's mal anders. Oh ja, ich hab auch Lebensmittel. Warte, ich packe den sofort in den Van. Ähm... Hier. Da liegt ein Sack. Jups. Well, that's pretty heavy. Erste Hilfe, ja. Warte, warte, warte. Das ist gut. Erste Hilfe ist immer gut. Oh, hier drin ist auch noch für Zowa. Also, ja, warte, ähm. Was ist das denn? Diamanten besitzte Anhänger. Okay. Leichte Horde auf der Straße. Mhm. Kannst du ja den Bulli schnappen einmal drüber. Warte, ich noch mehr. Hier war nicht mehr, ne? Ich glaub nicht. Oh, noch ein Essensfuttersäckchen. Da. So. Da ist noch was. Ja. Besser ein bisschen ist gar nichts. Ja, ja, auf jeden Fall. So. Ich glaub, hier haben wir alle, ne? Ah, ja, ja. Packe ich mal eben die Sachen rein. Da wird sich unser Camp freuen. Schon zwei Rucksäcke mit essen. Ah, das ist gut. Aber keine Muni, ne? Was haben wir da noch? Da schauen wir doch gleich mal. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Waffen für das Herz. Munition, ja. Ja, ist ja nicht schlecht. Okay. Okay, nix. Hast du mal eben kurz angeklopft. Okay, ich hab 22er Patrone, kann ich leider nicht benutzen. Ah, nein. Oh, das kann ich gut haben. Gut, warte. Ich brauche nämlich neun Millimeter. Achso. Warte kurz. Jetzt so war. Jo, dankeschön. Ach, das ist nur so ein Blödkram hier. Oh, da. Sag mal, warum bin ich immer die ganz kleinen Kisten hier? Das ist ja eine Frechheit. Ja, hier drin ist auch noch eine kleine Kiste für dich. Entschuldigung. Ja. Das ist ein bisschen doof gemacht, ne? Also, das Vorbeilaufen ist ein bisschen echt. Na. Da. So, jetzt aber. Komm, komm, komm. Ja, ein erster Rucksack. Sehr gut. Nicht schlecht, dass du ein Rucksack nicht rausholst. Ja, Rucksack haben wir echt schon viele. Und noch einen Generator. Okay, haben wir ja auch, Alter. Da muss ja immer mal Strom in die Bude. Pass mal auf, was ist denn hier? Genau. So, wo ist der Van? Äh, da hinten. Sekunde, ich bin gleich da. So, bringen wir das gleich mal weg. Zack. Da. Oh, oh. Was? Was denn? Irgendwas wird mir gerade angezeigt. Wettermäßig? Keine Ahnung. Egal, wir sind jetzt gleich beim Herz. Versuchen wir es so einen Platz zu machen. Geht ja nicht anders. Wo ist denn Sova? Ich bin hier unten. Ich bin hier oben am Schild. Ich komme gleich. Hier ist das Herz dran. Ich muss das mal ein bisschen sammeln hier. Da. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ich habe nur zwölf Schüsse, also... Immerhin. Ich habe nur sechs. Aber ich habe die Lucille von Walking Dead. Jawohl. So. Propan-Punk habe ich jetzt auch im Rücken. Sprit-Punk. Sicher. Dann kann das ja aber schon mal nichts passieren. Oh, ich habe fünf, fünf, sechs Millimeter. Ich brauche neun Millimeter. Ah, verdammt. Fünf, fünf, sechs? Ja. Äh. Ich will mich da nicht festnehmen. Ich meine, das war die Munition, die ich für die andere hatte. Dann würde ich dir die hier hinlegen. Bin ich da nicht ganz sicher, aber na gut. Zu Not kann ich die wieder zurückgeben. Ja, alles gut. Wollen wir nicht das Herz machen? War da nicht was? Ja, ja. Ich will nur eben hier ein bisschen... ...die Sachen noch ablegen. Ach, das geht nicht. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Eine Handelsware. Komm, weg damit. Halt. Boah, ich habe fünf Rucksäcke im Wagen hier. Cool. Dann machen wir den mal weg. Warte mal, doch. Was heißt denn Funk? Funk? Ja, das ist gut. Ich will ein bisschen Platz schaffen. Weil das Herz, da gibt es ja auch immer ordentlich zu luken. Jetzt sind das nicht die Kiste. Schoko-Banks, okay. Okay. Da ist eine andere Wagen hinter. Ach, die Kiste ist auch voll. Oh, da tut einer. Ja, ich sehe das Herz, glaube ich. Würde ja lachen, wenn ich jetzt hier voll die Waffen finde. Oh! Ah, nee, ich dachte, das ist aus der Dynamit. Das ist Schaltkreis. Nee, das ist auch schon was drin ist. Ah ja, das ist das Herz. Mach doch leise! Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ja, was? Schieß nur lieber aufs Herz. Ich kümmere mich um die anderen. Achtung! Okay. Ich habe keine Muni mehr von meiner normalen Knarre, nur noch die zwölfsten normalen Schuss. Ups. Okay. Oh, man, this is barely working at all. Oh, Gott. Jetzt bin ich reinfiziert, ey. Ja, ich auch. Oh, Gott. Das ruchtet aber auch. Oh, mein Herz ist weg. Oh, Mann, man kommt nicht vorbei hier. Ja, das ist furchtbar. Hier, das Herz musst du selber öffnen. Ja, ja. Warte mal, kann jemand hier Chemie? Uh, 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 uh. Eine Karabiner. Knarre. Jetzt. Weißt du, jetzt. Nachdem wir das Herz hier haben. Da kriege ich eine Karabiner. Ich habe noch einen Rookie. Ja, ihr sollt noch ein Achter. Was habe ich denn für einen Rucksack? Was ist denn das? Das ist ein Benzin-Rucksack. Warum haben die Buden eigentlich alle keinen ersten Stock? Sag mal, das ist ja furchtbar. Oh. Meine Güte. Was? Da muss noch ein Container hier sein. Ui, warte mal. Schädelschwert des Coolen. Wer möchte das haben? Schädelschwert des Coolen. Des Coolen. Das hört sich ja geil an. Ich lasse das mal fallen. Geil. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber das hört sich schon mal witzig an. Ich kann es nicht nehmen. Eine Tasche ist berechentlich voll. Kannst du was irgendwie ins Auto? Ich bin jetzt auch komplett voll. Das Auto ist auch voll. Oh, was habe ich hier noch? 45er Patronen. Das ist mal da von 16. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche 3,75er. Die Kiste ist ja auch voll, ne? Stelle ist gesichert. Ah, warte mal. Hast du es? Jetzt haben wir hier kostenlose Klinik. Warnungwagen. Kann ich irgendwas mitnehmen? Ah, warte mal. Ist das hier? Alter, ist das noch zu viel? Wow. Die Squelones Brauerei. Bei ein Versorgung, was? Verkostungsraum, drei Parkflächen, primäre Destillierapparat, Herstellungsdestillierapparat, ein Wassertang, eine Fassmacherei. Also für 1500 von diesen komischen Punkten kannst du noch eine Base bauen. Aber die müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ich glaube, so viele Punkte haben wir noch nicht. Aber okay, warte mal, ich kann mal gucken. Doch, können wir. Wo? Wir könnten diese Base hier in Anspruch nehmen. Aber der hat doch gerade was anderes vorgelesen, der Ad. Ja, wo war das denn? Warte hier. Squelones, wenn du auf die Karte guckst, unter dem blau-graues Haus, da ist das. Blau-graues Haus. Wenn du von unserem Punkt du hast, guckst, Nord. Klick es mal an, klick es mal an, du kannst es noch markieren. Da. Ach, da. Oh, ja. Okay, da bräuchten wir noch ein bisschen. Aber das hört sich wirklich gut an. Jo, würde ich auch sagen. Dann sollten wir jetzt erst mal, hm. Wir können, wir haben noch einen Außenposten frei. Aber der lohnt sich nicht. Ihr habt nicht zufällig solche Medizin dabei, ne? Ich hab meine letzte gerade genommen. Mhm. Ich bin übrigens auch rappelvoll. Ja, ich auch. Also, ne? Eine Seuchenmedizin würde ich auch gerne nehmen. Das ist nicht das Problem. Ich bin auch müde. Ich bin müde, kaputt und ich bin total im Arsch. Okay, ich mein, wir können den Außenposten ja hier beanspruchen. Den können wir ja wieder rausnehmen. Dann haben wir hier wenigstens Zugriff auf unseren Locker. Ja. Hier ist ein Fahrzeug gegenüber. Desperado nennt sich das. Zerstört. Okay. Also, ihr könnt jetzt hier drauf zugreifen. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir jetzt nicht schon mal was loswerden hier. Ja. Also, wer von euch möchte das Schwert des Coolen? Komm. Keine Ahnung. Ich brauche einen solchen Dings. Das ist wichtiger. So. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Na gut, ich gucke es mir mal an. Warte mal kurz. Alter. Ja, hat was. So. Okay. So, dann kann ich den Rest ja auch looten. Weil wir können das jetzt alles ablegen. Zack, zack. Oh, das war zu viel. Ist egal. Ein bisschen Erste Hilfe brauche ich. Nutzbar. Wie viel stellt ein besseres? Das ist eine große Menge, ja. Ja. So, was haben wir hier noch? Kann man doch gleich bei den Fahrzeugen lernen, oder nicht? Stimmt. Auch eine gute Idee. Hier ist noch ein Erste Hilfe. Dings. Hier liegt ja auch noch, ähm... Ich geh nicht rausgepackt. Nee, ich geh nicht rausgepackt. Dingsbums. Dingsbums. Oh ja. Na, äh, Zeugs auf dem Boden da. Stimmt, was ich da an rum. Oh, Cardio. Maximale Stufe. Spezialisieren könnte ich mich jetzt. Auf. Akrobatik oder Marathon. Ausweichen und Klettern sind schneller und kosten weniger Ausdauer. Sprungangriff freigeschaltet mit Akrobatik. Kein. Marathon. Äh, Sprinten kostet... Na. Weniger Ausdauer. Alter. Und Ermüdung entsteht langsamer. Guck dir mal den Kofferraum aus. Der ist voll mit Säcken. Ja, geil, ne? Voll mit Rucksäcken. Einer ist noch drin. Das lohnt sich jetzt gleich schon für die Base. Ja, ich wollte mal ganz sagen, da passiert gleich richtig was. Ja, ja, ja. Ja, cool. So. Dann geht's noch weiter. Wenn du dich spezialisierst, dann kannst du nochmal weiter hochpushen. Okay. Warte mal, hat das noch... Dann gibt's nochmal Sterne und so weiter. Das ist interessant. So, cool. Äh, wo brandet der andere? Ach, hier. Warte mal, was haben wir hier dran? Der ist voll hier. Irgendwas habe ich gehört. So. Boah, jetzt können wir auf jeden Fall uns gleich genug hallen. Wir haben so viel Medizin, das ist schon mal gut. Ja, aber dass wir wegen auch solchen Medizin zusammenbastelt kriegen, weil ich bin natürlich auch ein bisschen... Ich fühle mich auch ein bisschen... Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen? Ja, so ein dezent bisschen am Arsch. So, hier ist alles gelootet, oder? Oh, hier ist ein dicker. Den können wir noch mal wegmachen. Okay. Oh, ich kann nicht so cool. Gut, sind wir zurück? Ja, warte, muss eben noch ein hier. So. Wird doch gerade dunkel, passt. Genau, ne? Ab nach Hause. So. Also, wie er fährt hier? Wo ist denn unser Zuhause? Äh. Okay, ich hab's markiert. Alles klar, auf geht's. Wer hat noch nicht... Wer will noch mal anschnallen, liebe Freunde? Es geht los. Anschnallen, ich hab mich schon am Armaturmacher festgeschraubt. Festgetackert, ja? Mhm. Ach. Ja, so kann man es auch natürlich auch machen. Ja. Scheiß auf dem Aufruf. Brauchst du nicht. Karre, Alter, hat... Hat einen Heckantrieb, das ist ja widerlich, ey. So. Was machst du da? So. Warum nicht so weit drin? Die ganzen Taschen. Genau. Oh, das wird lustig. Ah, wir sind zurück, Freunde. Oh, I'm back. Ja, I'm back, I'm back. Ich bin auch back. Back, back. Weil ich brauch solche Medizin. Müsstest du jetzt schon herstellen können. Solche Proben fünf. Ach so, solche Proben, ja. Warte. Da hab ich schon versucht. Also ich kann keine... Also ich kann auf jeden Fall keine herstellen. Das klappt bei mir nicht. Sonst stelle ich gleich welche her und leg die euch hin. Ähm... Danke, Lukas, für die Punkte. Boah, das ist ja auch rappelvoll jetzt, ne? Mit Rucksäcken. Ja, ist schon cool. Also das macht schon Laune. Können wir sagen, hat sich doch gelohnt. Auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Ich kann keinen solchen Mittel herstellen. Das gibt's auch nicht. Wie gesagt, konnte ich auch nicht. Klappt nicht. Ich mach das gleich für euch. Mach mal... Stell mal einen Schwung her. So, ein Rucki ist dann noch. Sehr gut. Sehr cool. Alter. Der hat sich echt gelohnt jetzt, der Run. Das muss ich auch sagen. Das war echt nicht verkehrt. Essen gibt's auch noch massig. Sehr schön. Eins auch. Hattet ihr noch was in dem Kleinen im Koffer? Nee, der ist auch leer. Okay. Okay, der ist leer. Alles. So, jetzt haben wir 23 Essen, 17. Okay. Dann guck ich mal, dass ich euch das mal herstelle. Ähm. We're moving on. It's time to find a town that's a little friendlier. Infektionstherapie, nein, will ich gar nicht. Will das herstellen. Gegenstand herstellen. Oh. Solche Heilmittel herstellen. Mach mal. So, einmal. Okay, jetzt bräuchte ich wieder fünf Proben. Aber ich leg die mal hier hin. Wenn, ich. Er zu, warte, nimm zuerst das Mittel dann. Ich hab gerade genommen, also wo ist das? Achso, du hast gerade genommen, okay. Hier liegt es, weil hier liegt es jetzt. Nimm mit, du brauchst es ja, ne? Ja. Yep. Danke. Yep. Wie gesagt, ich hab's genommen, also bei mir läuft es. Achso, ich kann mich jetzt hier auch spezialisieren. Ah. Einfallsreichtum, erhöhte Tragekapazität. Das ist gut. Die Pirelli geht jetzt mal zu Bett hier. Ja, und dann gibt's nochmal, dann gibt's nochmal weitere Punkte, also. Okay, ja. Krass. Also ich hab jetzt hier Marathon, die Möglichkeit, verringert Ausdauerkosten für Sprinten. Ermüdung entsteht langsamer. Wir haben ja noch den anderen Knechter, ne? Der auch noch ein bisschen krank ist. Hier liegt auch noch einer. Können wir den nicht heilen, den Aiden? Äh, ja, stimmt. Ich weiß nicht, also. Warte mal, ich will mal eben... Warte mal, hier ist ein... Oh. Suche andere Überlebende, können wir gleich mal machen. Dass wir mal ein bisschen mehr Leute hier hinkriegen. Ist das Rote die Gesundheit oder die Ausdauer? Nee, Rote ist Gesundheit. Okay. Komm schon, Gucci. Aber mir sagt sie immer, die haben Hunger. Die haben Hunger. Aber warum? Ich hab doch hier... Was ist denn das hier? Nutzbare, natürlich Snacks. Okay, das ist vielleicht nur das. Haben wir die was auch nicht zu essen hier? Irgendwas Vernünftiges? So, sie ist wieder fit. Verbannt. Schmerzmittel. Finanzieren. Snacks. Wie, Lukas? Ihr habt 18 Schmelzen. Seid ihr wahnsinnig, oder was? Wo? In seven days. 18 Schmelzen, Alter. Was wollt ihr mit 18 Schmelzen? Ist ja abartig, Alter. Da müssen ja genug Leute sein. Weil... Wir sind nur maximal vier. Vier Leute. Ja. Dann kannst du keine 18 Schmelzen. Wie wirst du die befeuern? Also, ist ja irre. Ja. 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 Naja, ihr habt gewissen, was zu tun. Ja. So. So. Wie lang machen wir heute? Bis um zwölf, oder was? Können wir... Mir ist das egal. Ich bin da flexibel. Können wir machen. Ja. Können wir machen. So. Können wir machen. So. So, so. Genau. Wir sind ja auch irgendwo nicht normal. Ja, das passt. Absolut. Ach, cool. Das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Was denn? Ähm. Jetzt ist da ein Dach drüber. Über die Werkstatt und über die Erste-Hilfe-Station. Äh, nice. Cool. Okay, eine Horde bewegt sich in Richtung Armwell-Waffenladen. Waffenladen! Was ist denn hier draußen? Achso, okay. Okay, das kann ich nicht machen. So. Was haben wir denn hier? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt mal ein Auto bestellt. Da hinten ist es. In Pala, da ist er doch. Wie wohl, das holen wir uns mal. Warte mal. Gucken, wie der aussieht. Oh, sogar vollgetankt. Ich meine, spannend. Ob der vollgetankt ist? Alter, was hast du denn da bestellt? Geil. Warte, warte, was muss ich mir angucken? Ja, passen wir auf jeden Fall alle rein. Das ist sicher, auf jeden Fall. Alter, was ist das denn? Mad Max hier, oder was? Ja. Alter, wie geil. Der ist geil. Ja, dann. Ja, ne, dann. So war, du darfst. Wie cool. Ja, das ist ein Mad Max Auto hier, ey. Boah, geiler Sound. Alter, ich sehe meinen Schiss nicht. Hast du kein Licht angemacht? Doch, Licht ist an. Oh Mist. Oh. Wo soll der denn parken, Alter? Ich dachte nur, damit fahren wir los. Wo soll man hin? Ja, warte. Warte. Ich will eben den Kofferraum leer machen. Ist da noch was im Kofferraum? Ja, zwei Sachen waren da drin. Aha. Tue ich mal eben so lange, Gerhard. Wir können nichts sehen, weil. Aber diese Schürze da vorgebaut ist. Ja, genau. Warte, ich markiere einfach mal was. Also, was haben wir denn Schönes? Wir könnten mal hier durch die Horde fahren. Ich habe es dir markiert. Durch die Horde fahren. Wo ist sie denn? Ich sehe nichts. Hier, da ist es einer. Achtung. Du warst, du hast was kleben an der Seite. Nee, ich habe was kleben. So. Ja, das ist ein Zart. Yeah. So. War das mal erledigt hier. Oh. War eine geile Karre. Ja, nicht schlecht. Ja, die macht Laune. Hochbar, oder was? Traut euch, traut euch. Ich habe noch mal welche markiert für dich. Ich sehe echt nichts. Ja, es ist wirklich... Turtle Bridge. Oh, da sind sie. Ach, da sind sie. Ich sehe schon, ja. Da lagen wieder solchen Proben. Ja, wir holen uns gleich. 1A. War es das? Ja, ne? Die kann er schon nicht schlecht. Die macht schon Laune. Armwell Waffenladen. Da hat ein Infektions-Blabla-Level 1. Ja, machen wir. Ich markiere. Achso, nee, der ist. 500 Meter? Nee, das ist... Das war jetzt. Achso. Ah, sind zwei. Wo bist du denn da? Ach nee, das war der... Das war der von... Die Base. Warte mal. Geh mal, fahr mal zum Mann. Links ist der. Alles klar. Die Base brauchen wir jetzt hinterher, wenn wir ein bisschen gesammelt haben. Alter, das ist echt... Also, die Belenkung hier, ne? Ja, das ist brutal. Aber der Sound ist schon mal sehr gut. Ja, das ist ein Zer. Yeah. Splash, Splash. Oh, warte. Hey, Armwell ist nicht. Nein, nein, da liegen Spitzen. Da liegen überall Spitzen rum. Oh. Ja. Komm, du. Los. Hahaha. Was war denn? Solche Proben lagen rum. Ja. Oh ja. Warte? Und auf dem Feld lagen auf jeden Fall Fallspitze oder was das war. Ich mag ja wirklich von dem Spiel hier den Grafikstil auch der Zombies. Also so dieses... Diese Spielwelt und so diese Grafik mit den Spielmechaniken von Seven Days fände ich auch geil. Hätte was, ne? Ja. Hätte was, ja. Oh, ist das hier? Ja. Ja. Oh. Oh, ich sehe schon. Jetzt ist schon mal was. Kofferraum. Okay. Oh, ich höre was. Ja, ist auch so ein Territorium. Achtung. Weg, 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 weg. Kreischer. Scheiß, ich wollte gerade loslegen. Ja, sehr gut. Wir haben doch unser Panzerwagen hier. Katerall, steig ein. Ich mache ein bisschen Spaß hier. Aber ich kriege mir jetzt keinen Schaden da durch. Okay. Ich muss gerade sagen, oh mein Gott. Alle tot? Glaube. Okay. Oh, ihr seht auch so eine Waffenkiste. Ja, und nebenan hier ist sogar eine Apotheke. Vorne, ihr habt es gesehen. Ne, das war es nicht. Ja, Munition. Ach ja. Waffenladen, klar, dass es hier Waffen gibt. Echt jetzt? Aber wenigstens ist das mal ein bisschen mitgedacht, ne? Weil oftmals das ja bei so Spielen, du bist im Waffenland und fließt nicht eine Waffe. Ja, das stimmt. Das kenne ich auch irgendwoher. Ich habe einen Rookie mit Waffen. Nice. Also. Alles klar. Hier ist noch was Blaues für Zora. War da was Blaues? Bist du da? Auf der anderen Seite, da. Wollen wir mal in die Apotheke reingucken? Apotheke ist auch super, ja. Klamotten. Alles nicht. Komm, so eine Bazooka wäre doch mal geil. Und ein Panzer. Das wäre schon echt Hammer. Das würde ich schon sagen, ja, nehme ich mit. Das hat mich schon wieder so ein Typ hier infiziert, der ist so kacke. Finde ich nicht. Also Munition habe ich jetzt gerade viel gesammelt. Jetzt musst du mal gucken, wer was braucht. Ich brauche nur 9 mm. 9 mm. Ich habe die 22er Patronen. Hier Zora, wo ich bin, da kannst du noch looten. Warte mal, ich komme. Äh, exakt 9 mm, ne? Ja. 45er Patronen. Ach, da unten, habe ich gar nicht gesehen. 9 mm habe ich nicht. War klar. Oh, was ist denn das für ein völliges Dingchen? Eine Sekunde. Stärke. Sie wussten das, Wagen. 45er. Ich meine, die ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich brauche 45 Munition. Ach, Mist, habe ich nicht. 45er? Sag mal. Nee, bringt ja eh nichts. 45er hätte ich. 22 Schuss. Ich habe ja noch eine ultra leichte Axt. Eine ultra leichte Axt. Was ist das jetzt für eine? Also, Schalter wird mit ran. Anbringen. Gibt es hier noch was zu looten? So. Hattest du 45er oder was? Ja. Okay. Oder? Oh, hier kommt einer. Oh. Es war eine Sie. Oh. Hm. Fachmännisch verlegt von Zowa. Genau. Leute, du warst 45er, sagst du? Ja, wenn du hast. Ja. Habe ich hingelegt. Oh, schön. Pass mal auf. So, hier ist nichts mehr. Ups. Da ist noch mal blau. Das ist ziemlich schwer. Oh, hier ist nichts blaues. Ui. Was sind die alles? Sicherheitskreis. Was ist denn das hier? Kann man die lesen? Ach, Luxus. Hoher Handelswert. Nageleisen, was da es gibt. Okay. Ente passt auf. Ja. Gut. Sehr gut. So haben wir alles. Können wir schon wieder fast zur Base. Oder war hier noch direkt in der Nähe was? Warte, was ist hier denn? Bedrohung 1. Da ist ein leerstehendes Büro. Okay. Irgendwo ist ein Seuchenherz hier. Ah ja, sehe ich es. Ja, lass uns zum Seuchenherz. Das ist ganz in der Nähe. Habe ich markiert. What? Verdammt, aber wir haben die Taschen voll. Das ist egal. Mit dem Loot. Vorher, warum passt da noch ein bisschen was rein? Ja. Ja, eins ist besser als keins. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.